A. Stopp. H. Okay. Wie kannst du schon bei H sein? Fertig. Alter, wie schnell. Als ob. Was habt ihr bei Land? Honduras. Oh, ich auch. Ja, okay, 10 Punkte. Ich hab Holland. Nee, also sorry, das geht nicht. Holland ist doch kein Land. Abstimmung, wer ist dagegen? Ich. Damit entschieden. Tega. Was habt ihr bei Beruf? Handwerker. Hundetrainer. Honigbienenimker. Also jetzt willst du uns völlig verarschen, oder? Ey, ohne Witz, das gibt's safe irgendwo. Erzähl das deiner Oma weiter. Okay, Fluss. Hat jemand den Hang-Tiang-Fluss? Nee. Na, den Hang-Tiang-Fluss, den kennt man doch, oder? Woher kennst du sowas? Äh, Schule? Hattet ihr sowas nicht in der Schule? Hier, deine Hände. Du kleiner H...